Du bist jüngster Spieler, Spielersinn, so fängt es an. Ich ziehe erst mal mal ein Blättchen auf die Hand bzw. auf den Spender. Danke. Sehr gut. Dann schließe ich mich dem an. Geht genau das Gleiche. Dann spiele ich einen Wind, schieb den Wind und lege die Shepard an. Okay, zweimal das Gleiche. Geht einen Halbstein. Ja. Ne. Ich lege den da hin. So. Ja, das stimmt natürlich. So. 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 Dann. Kann ich ja noch mal. Ja. Ne, gut. Okay. Dann lege ich die da hin, kriege einen Sonnenstein und ziehe ein Blättchen nach. Okay. Dann lege ich das hier hin und bin fertig. Ne. Ich setze meinen Sonnenstein und lege den da hin und ziehe dann einen neuen Sonnenstein und bin dann fertig. dann lege ich den da hin und bekomme auch einen Sonnenstein und dann bist du dran. Okay. Dann lege ich den da hin und bekomme auch einen Halbstein, weil ja Rot und Vogel angezeigt ist. Dann lege ich den da hin. Dann lege ich den hier hin. Ja. Dann lege ich den da hin. Ja. Dann lege ich den da hin. Dann lege ich den da hin. ich ziehe das hier runter, lege da diesen Vogel rein und bekomme damit einen für das Sonnenfeld und dann zwei, weil alle drum herum passend sind, in der Phase oder Form. So, jetzt muss ich auf jeden Fall noch einen setzen, damit ich keinen verliere. Und da setze ich dann mal, warte ich jetzt auf jeden Fall einen, dann darf ich nochmal. Wenn ich bin, will ich mir jetzt nicht holen. Und dann zwange ich einfach mal hier in der Mitte weiter an. Und dann bist du dran und ich fülle auf. So, jetzt muss ich mal schauen. Ja, dann. Dann lege ich einmal die Schildkröte da hin. Und dann hole ich mir doch für drei einen Wind. Okay, dann spiele ich den Wind, schicke den rüber. Dann setze ich den hier. Ne, du brauchst ja gar nicht. Du hast ja den Wind. Achso, ja, das stimmt. Dann darfst du eh nochmal. Genau. Genau. Du bekommst jetzt einen Halbstein. Und einen Sonnenschein natürlich. Ja, für das Feld. Gut. Richtig. So. Dann bin ich dran und ich lege einfach nochmal. Ich lege dann hier in der Schildkröte hin. Mhm. Genau. Und einen Sonnenschein. Mhm. Und einen Sonnenschein. Mhm. Ganz gut. So. Ganz gefällt mir das, was alles gerade nicht. Ich lege einfach mal. Ich lege dann den blauen da hin. Und dann bin ich schon fertig. Okay. Dann spiele ich deinen Wind. Schicke den da runter. Lege den da rein. Da kommen wir zwei. Mhm. Den wir sonst gleich. Und drei. Den drei gleichen. Mhm. So. Dann rühle ich nochmal. Mhm. Und. Und den da hin. Wir können noch einen Halben. Mhm. Dann rühle ich nochmal. Weil sonst gefällt es ja. Dann rühle ich nochmal. Dann rühle ich nochmal. Dann rühle ich nochmal. Dann rühle ich nochmal. Dann rühle ich den da rein. Okay. Ja. Ja. Dann rühle ich dran. Und ich lege mal die Vier rein. Und da bist du dran. Dann rühle ich die. Dann rühle ich den hier. Verständlich. Dann leg ich auf jeden Fall nochmal. Leg ich hier hin. Und dann möchte ich es natürlich nochmal. Dann kommst du wieder einen zurück. Dann bin ich fertig. Ich freue mich jetzt, dass du das nicht zugebaut hast. Weil ich lege einen Wind. Schieb den dann... Oh, da kriegt eine Sonnefett runter. Na gut, ich schieb den rüber. Trotzdem lege ich den hin. Dann kriegst du ja trotzdem eine Sonne. Ich lege zwei Sonnen. Genau. So. Dann... Dann, dann, dann... 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 Lege ich... Achso. Moment, Moment. Ich muss auch einen ausgeben, um ihn zu legen. Dann gebe ich einen aus. Leg den da hin. Gebe noch einen aus. Und lege dann da einen hin. Dann komm einen zurück. Und... Und sage dann... Das war's. Ja. Ist dran. Ich lass mich über meinen Herz auch einen Absicht. Und bei meinem Himmel. Einomena auf den Gewand... In den Klenvers. So. Das war der falsche Ja, das steht nochmal Ich wollte einen anderen nehmen Den kannst du doch gar nicht hinlegen Ach ja, ich bin auch blöd Entschuldigung Ich hab nur einen Gedankenfehler Okay, dann holen Genau Dann leg ich den da hin Dann kriege ich noch einen Halt Genau Dann leg ich zwei Hände aus Und leg den auch noch So, jetzt geht's gut Okay Ich muss mal schauen Ich muss mal schauen Ich lege dann mal Hm, wie mache ich das denn Warte, ich werde das anlegen So So Also wirklich gute Banken Nicht jetzt nirgendwo Dann leg ich einfach mal Dann leg ich den Vogel da hin Und schnell her Dann Dann spiel ich einen Wind Schick den in die Mitte Leg den da rein Mhm Und bekomme mit Einen halben und eine so Mhm Dann 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 Komme ich noch einen halben Okay Und eine so Dann Dann Hm 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 Das ist natürlich Schwierig alles Hm Dann Setze ich Die Schildkröte Hm Dann Dann Setze ich Die Schildkröte Eigentlich auch vollkommen Stupide Ich wüsste jetzt Ich hab jetzt grad echt Keine gute Taktik Das ist das Problem Mein eigenes Leber Dass man die möglichst noch darf Jaja Leber anders Keine gute Variante Kann ich erst doch was anderes spielen Ja Dann spiel ich doch den Wind Jetzt kann ich mich gar nicht mehr raus Leg das da hin Leg das da hin Leg das da hin Dann kriege ich einen Genau Dann kann ich jetzt noch versuchen Irgendwie ein bisschen Karten loszuhören Bisschen Dinge hier Okay Dann lege ich einen Pack den da oben hin Dann spiel ich mal die beiden Halben Dann kriegst du einen Halben davon Genau Spiele zwei Also ich bekomme einen Ich hab jetzt grad Genau Zwei gesetzt Mhm Und spiel noch den Den da hin Mhm Und dann setz ich noch mal Und spiele den hier Auch da hin Genau Und das werde ich ja eh aufziehen Okay Okay Dann leg ich den hier hin Mhm Ich hab dafür einen Halben Mhm Dann spiel ich zwei Halben Mhm Ja Leg das da hin Dann bekommst du einen Sonnenstein Ja Ähm Ähm Dann spiel ich den direkt Und hier ein Wichseln Ja Ein Halben davon Ja Richtig Ähm Dann spiel mich noch mal Leg das da hin Dann zieh ich eine neue Karte Okay Okay Dann direkt rein Aber ich kann gar nicht so viel machen Ich leg jetzt einmal den da hin Und dann zieh ich eine neue Karte Okay Okay Das sieht fast schlecht für mich aus Okay Spiele ich nun den Wind Schieb den hier rüber Leg den da rein Und bekomm dafür zu weise anstrengen Dann Ähm Dann Wenn ich auf jeden Fall nicht hab Ja Ähm Machst du mal die Karte da am Klapp Spiele Spiele ich noch mal drin Schieb den auch Leg den da rein Und eine ne Mhm Äh Wo hast du Okay Spiele Okay spiele Hintest du ihn auch hier oben hin wegdecken können zur Seite schieben können Hätt ich auch mal bekommen Hab ich auch nie Okay Dann spiele ich noch mal. Lass kurz gucken. Ja, dann spiele ich noch. Und lege den Delfin da hin. Ja, okay. So, dann bin ich dran. Dann lege ich den hier hin. Kriege einen Halbstein für die zwei. Spiele direkt meine beiden Halbsteine. So, dann habe ich noch mal. Dann spiele ich... Ich lege den hier hin. Kriege wieder einen Halbstein. Spiel meinen Drammstein. Und spiele dann... Das ist wirklich toll. Schieb den dann... Ja, da hin. Dann bist du dran. Ich ziehe da auch. Wo ich es wahrscheinlich nicht mehr machen muss. Bei den Wind schieb den dann hin. Ich lege den da hin. Kriege noch einen Halbstein. Ja. Ach so, das war schon erschützt. Ich dachte, du hättest noch einen. Nein, das war das Letzte. Ja. Ich hatte einen Wind in die Füße. Du hattest, glaube ich, ein bisschen Windüberschuss. Und damit... Ja. Auch ein bisschen mehr. 3, 6, 9... 12... 15, 16... Okay. Habe ich doch noch ein paar mehr übrig. Gut. Da habe ich dann vier Steine übrig. Ja, damit hast du gewonnen. Und... Genau. Soviel hat das Spiel. Wir mussten ja jetzt nicht tauschen. Das war... Ganz gut. Aber trotzdem... Rauschbuch gewonnen. Ja. Ich kann es jetzt hier sch интересно,